so wohin des wegs johann du musst entkommen sagst du ja und zur tanke gucken wegen scavs oder willst du ist es dir lieber nur rauszukommen ne ne also rauskommen wir schon irgendwann mal also wir können auch ein bisschen fighten dann lass uns zur tanke gucken also neun stück ich habe mich erzählt muss ich noch mal ich bin aber dann sofort wieder für euch da ist ja nur ein halbes zigarettchen und im vergleich zum beugel bin ich glaube ich noch ja oder wir sind vielleicht aber er raucht ja in der zeit eine ganze sand wenn er mal weg ist wenn er mal aufs klo geht hier rennt was ja nicht gesehen wollen das war bestimmt das ist das käfter rennt zum checkpoint vor oder kommt ja was an da kommt was an oder ist er raus gerannt ich glaube es war ein skev klaus der ist zum checkpoint rum und dann musst du hin und musst du totschießen ja ich gehe da mal ein stück zurück ja pass auf dass ich kein bursche kein bursche hier oben annähert hinterrücks bin und in der hütte drin der ist vorne um das tor glaube ich bei dem tor ja da muss er moment warten der feine herr ist wieder am lud mit dem blut zugange ich habe ihn gehört ich hoffe der meint nicht mich ich dass das gleiche einschläge hake an der tank habe ich auch schon gehört minus an der tank gemeckert auch einer ich komme richtung tittenhügel rechts ok ich komme von oben jetzt runter dann also noch nicht am tittenhügel seiner ja hast du umgebracht ja so ich bin hinter dir am tittenhügel ganz rechts ich laufe jetzt richtung tanke hinter dem blauen zaun ich glaube da steht auch ein skev am blauen zaun wenn ich mich nicht irre i'm coming i'm coming so ich habe mich ans gebüsch walde deines amtes statu ist hier keiner also hinten ich gehe ich gehe mal von hinten rein oh hier liegen schon ein zwei tote was wie das hä wie das keine schüsse gehört ein spieler liegt hier hä wie ist das denn passiert hier hockt einer in der ecke leck mich doch am arsch hast du nee wo wo hockt er also fick dich doch in der henne klaus sag mal wo er ist in dem in dem aufmahlsraum in dem lagerraum wenn du hinten raus gehst ja okay ey wieso haben wir da nichts gehört frag mich nicht läuft schon leute saß der unten keine ahnung ob da unten oder oben auf dem gischen da ist ich habe dich wieder aufs gemmerlichste gerecht geht ihm in die nüttel ist mein magen schon wieder weg ne oh 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 hier schnell toras ey wieso haben wir keine schüsse gehört sag mal ich bin total verwirrt haben die sich mit ächsen behaakt keine ahnung danke knoller die hat man eben auch gehört bitte verwandlibus die hat man gehört verwandlibus du bist einfach ein profi wir hören sowas nicht hä wo hat er denn da was gehört ich habe nichts gehört oh scheiße ich habe keine blutstillenden mittelmeer naja kann schon sein dass irgendwo ich überhöre das manchmal wenn ich auch so am quatschen bin und so dann geht das mal unter verwandlibus hat es gehört ich nehme mir auch vor immer mal besser hinzuhören aber das wird meistens nichts dann ist es wieder irgendwas was mich ablenkt ihr wart auf hochkonzentrierter Skepsiure ja das reicht schon um uns komplett abzulenken Mist hoffentlich hat er hier auch so ein Salok dabei PS Munition ich weiß es nicht Quatsch Anlockt PP-Sucker ist ja mal richtig richtig kacke gut deine Kopfhörer draufste behalten deinen Momax nehme ich dir ab weil du Klaus so hinterrücks erschossen hast Klaus soll ich da irgendwas mit rausbringen Kopfhörer 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 Waffe irgendwo hin hast du keine Kopfhörer aufgehängt doch weil ich spiele mit Räuberscheiße ja nein natürlich nicht du spielst immer Entschuldigung Beorthволger in H3 Genau Das ist D 5 Sans 0 0 allein ach das hat er schmutzfing von das ist der tote den klaus gemeint hat da kann man direkt ins fressbrett gekriegt wie schnell war denn da hinten an dem safe dran das gibt es doch gar nicht ich habe gerade dass die tür gehört es war sehr schön wenigstens ein vorbildlicher spieler so ich versuche mich zum ausgehen ich bin ich dann schon wieder 44 Kilo keine 46 Mist wie kann ich es wagen schäme mich ich dachte da bewegt sich doch was die Skeps machen mir irgendwie mehr angst als alles andere die 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 ich sag's doch mann seid ihr dumm das ist der nächste kann doch jetzt nicht wahr sein diese idioten wo kommen die denn her ich dachte mich schon tot in der eke liegen sehen was waffenfehlfunktion die skews machen mich fertig waffenfehlfunktion waffenfehlfunktion ich habe den gehört wie er sich angeschlichen hat da musste der blöde skew kommen aber waffenfehlfunktion waffenfehlfunktion waffenfehlfunktion